Hallo, Reftürteteck hier. Heute nur ein kurzes Infovideo aus aktuellem Anlass und zwar hatte ich für übermorgen, Freitag, den 13. März geplant nach Oberhausen zu fahren zum Konzert von Jens Oerding mit meiner Frau zusammen. Es wären dann normalerweise Videos von mir gekommen von dem Konzert, aber aufgrund des Coronavirus ist das Konzert abgesagt worden bzw. der Konzerttermin wird verschoben, aber auf einmal wird sich der Veranstalter dann nochmal melden. Also wir müssen mal gucken, wann das dann stattfindet. Ja, ich sag mal so, aufgrund vom Coronavirus schlechte Zeiten für Konzertbesuche und Kinogänger. Aber es kommen im März, April noch ein paar kleinere Veranstaltungen, auf denen ich bin, wo ich auch filmen werde. Ja gut, soviel zu dem Thema und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.